Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. So, wir waren jetzt hier in der Bowling-Bahn. Und könnten rein theoretisch jetzt diesen Typen, glaub ich, oben abschalten, wenn ich jetzt richtig verstanden habe. Aber Jens sicher bin ich nüch. Aber ich werd jetzt gleich mal gucken gehen, nachdem ich in diesen einen Laden nochmal war und den ausgeräubert habe. Hehehe. Weil rein theoretisch dürften wir das jetzt auch machen. Rein praktisch weiß ich's nicht. Na komm. Lass mal schneller. Willkommen in der neuen, unvermesserten General Atomics Galleria. Das Ankaufszentrum ist jetzt geöffnet. Kann sich ein Dumme halten, ich hab's im Blick. Oh ja. Nö. War nicht. Hm. Hab ich keiner gesehen. Viele unserer Produkte sind momentan nicht vorhältig. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten. Willkommen in der Bäckerei Pinel. Mein Name ist Twisp. Ihre Bestellung? Ähm. Klar, ich schau mal was du hast. Ah. Ah. Nooo. Komm komm. Die Galeria bietet für jeden etwas. So dann sind wir hier glaube ich durch würde ich sagen, außer wir würden jetzt diesen Typen wirklich gerne. Ich probier's einfach mal, ich guck was hier passiert. Da geht der Hinterkopf auf. Alle Systeme arbeiten mit maximaler Effizienz. So, Kandis terminende Aktivierung einer normalen... ...durch... 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 Ich hab Vorräte aus dem Hauptquartier angefordert. Bis wir ein Treffen müssen wir durchhalten. Genau, dann können wir hier wahrscheinlich ab und zu mal handeln. Zumindest mit denen die noch leben. Was nicht mehr viele sind. Aber da kann man ja nix machen. Ist halt so. Geh mir jetzt mal hier rein. Gucken was wir hier so alles noch kriegen können. Ich darf ja jetzt das euch aufheben. Ich muss jetzt keine Angst mehr haben. Dass der mich angreift, weil ich irgendwas durcheinander gebracht habe. Darf ich Ihnen behilflich sein? Nö. Einen schönen Tag noch. Ebenso. Na? Die Stehlampe geht nicht. Die Lampe. Ich kann nicht mehr hier nochmal reden. Ich sag's nicht. Die Stehlampe. Die Stehlampe. Ich weiß nicht mehr. Ups. Mach ich nicht. My dog meat. Was ist das? Hup. Geh mal nach oben. Was hier noch ist. Oh nix. Ah, da. Umkorken. 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 Blechdose, Haarbürste. Warum ist das bei den einen Laden noch tiefstrahl? Das versteh ich noch nicht so ganz. Müssen wir nicht alles nachvollziehen, ne? Genau, findet der Hund auch. So, was könnten wir noch machen? Gull-Probleme? Gull-Probleme? Ach genau, ich weiß, wo ich noch hin wollte. Da wollte ich noch hin. Warum ist das Rästchen jetzt da oben in der Ecke? Gibt's schon wieder ne Schießerei in der Stadt? Ich will mich nicht wundern. Da ist ständig ne Schießerei. Aber dass da keine Schießerei ist, ne? Sondern Schießerei ist alles noch in Ordnung. Sonst wäre die ganze Sache wohl scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich flieh grad so hart hier. Ne, wo ist denn Prastorn? 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 Da ist... Da ist... Echt? Ich hab'n hier gesehen. Was ist denn der jetzt? Junge, Junge, Junge. Hallo? Wo? Oh. Okay. Okay. Ich hab' die Gulle erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Gulle Sorgen machen müssen. Ich hab' da noch was, das ich mit dir bereden muss. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Okay. Entschuldigung. Einen Moment mal. So. Ich bin ein King-Yo. Ähm. Ja, ich weiß ja, wo ich hinwollte. Ich wollte da hin. Da waren wir schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr. Das letzte Mal waren wir am Anfang dort. Und sei dahin nicht mehr. Uh, Entschuldigung. Hier müsste sich nämlich ein bisschen was verändert haben, wenn ich mich noch nicht hier entsinne. Moment, ich muss mal eben husten. Ja, cool. Jetzt muss ich ein bisschen was verändert haben. Ja, das war jetzt sehr intelligent. Nein, du hast sie schon aufgelacht. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Nein, 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 nein. b loch Lalalala. Neue Sachen sind da. Das ist wunderbar. Auch wenn ich es nicht brauchen kann. Kann ich damit verkaufen. Und das ist gut. Vielleicht kann ich aber eben gut sehen, wenn ich das mal machen soll. Scheiße. Wie schön. Monichon. Monichon ist immer gut. Wer? Ich? Ja, was denn? Habe ich halt nicht vorgestellt. Tut bereit. Oh scheiße, doch. Oh scheiße, doch. Ich habe doch noch einen Schnappschützen. Da ist nichts mehr. Wo schießt denn da noch? Genau. Wo? Den habe ich zumindest getroffen. Yay. Doppel das sollte multale. Ach doch, wir müssen nochmal hierher. Und das war jetzt die perfekte Gelegenheit nochmal hierher zu kommen. Okay. Ja. Treffen kann ich gar nicht. Sobald mal wo du hin willst. So. Jetzt ist Ruhe. Jetzt ist Ruhe im Karton. Was hier noch so alles ist. Yay. Na ja. Zeit nicht so rum. Ich bin hier gerade noch ein bisschen am Blundern. Yay. Darum seid ihr selbst dran schuld. Wenn ihr euch selbst in die Luft sprengt, dafür kann ich nichts. Hä? Keine Ahnung, wo der hinschießt und wenn er schießt, aber egal. Yay. Wir werden hier noch ein bisschen erkundigt. Wir gehen den regulären Weg. Falls dieses auch funktioniert, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich weiß nicht mehr irgendwo. Kann mir was zu plündern? Das würde ich gerne noch machen. Äh. Hä? 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 Du musst es unbedingt in die Luft schießen, oder? Hä? Warum schießt nur einer? Du gibst noch meine Platte! Ey. Niemand haut meinem Hund. Das habe ich schon mehrmals gesagt. Nö. Das war's nicht. Tschüss. Yay. Toll, Pfeffer. Du gehst nicht hin und her. Ach so. Wo ist der kleine Wichser hin? Ey! Sowas sagt man nicht. moment aber mit ihm da ist eine Stange davor getroffen Ins Ballen! Dern eben. So, die nächsten. Oh, ne, ist da noch. Der hängt an der Wand. Hast du das Gefühl? Ne, da rennt er. Da rennt er und rennt. Ich sag doch, niemand tut meinem Hund weh. Der ist immer noch da. Der steht jetzt da und wartet oder was? Der steht immer noch da. Der steht immer noch da. Verstand. In your face, Mitch. Aha. Hab dich trotzdem getroffen. Trotzdem ja nicht geschossen. Ich bin hier. Ja, ich bin hier. Und du? Wo bist du? Ich frag mich ja, was denn mit dem Typen passiert, dass der hier vorher war. Hey! Hey! Zügel dein Mundwerk hier. Keiner. Können wir nach oben gehen und gucken, was da noch ist. So, jetzt geht es. Jetzt geht es ohne dabei hin zu kommen. Einmal Raider. Hä! Los, ich bin da todlich. Hier noch jemand? Out. Aluminium. Hilfe. Wo ist der Unterfall? Ich habe keine Ahnung von woher wer hier schießt. Ach von da. Hier finde ich mein Treffer. Die sind nicht ganz ganz genau. Komm. Auf. Hä? Jetzt bist du von Chico. Okay, dann treffe ich von hier aus mit dem Fatz nicht. Ich liebe das Fatz. Das Fatz ist gut. Fatz mag ihn hier. Dann kann ich ihn von hier aus nicht. Muss ich nie nachvollziehen, ne? Egal. Ne, hier ist er. Ich weiß, dass du hier bist. Ihr habt wegen nichts ohne Alarm gemacht. Ja, ich lass mich noch den hier machen. Ja, ich hab dich auch. Komm. Ach, Zielwassertrinker. Mach Schluss, Jungs. Da ist nichts. Die treffen wir auch nicht aus. Niiiicht. Geht doch. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal nach Nordhagen Beach, ne? Und helfen denen erstmal. Wo ist das denn hier? Da. Nordhagen Beach. Dann gehen wir denen mal helfen. Entschuldigung. Mir war gerade sogar nach. Ich hab mir gerade meine Hände ein bisschen auf. Schaut man das? Ne, scheinbar nicht. Legen wir los! Hä? Was? Wo? Wer? Wann? Wieso? Ja? Ja? Au. Au. Autsch, 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 Autsch! Also diese Roboter gehen mir langsam so hart auf den Sack. Der ist kaputt. Scheiße. Ähm... Mal zu schlucken. Die müssen unbedingt was machen. Kann so nicht weiter gehen. Wie überhaupt nicht. Wenn ich groß bin, habe ich meine eigene Farm und lass andere die ganze Arbeit machen. Ja, träum mal schön weiter, mein Kind. Wenn wir grad mal hier sind, dann können wir mal gucken, ob ich... Davon kann... Ich nicht. Warte... Right away! Fischungsredenker, Stimpec. So. Oh, wir sind sogar aufgestiegen. Ähm... Es geht wie ein Lauf... Feuer durchs ganze Commonwealth. Die Minutemen sind wieder da. Sie haben einen Radiosender, um ihre Aktionen zu koordinieren. Ja? Mal sehen, wie lange das gut geht. Du freust dich vielleicht nicht, dass sie wieder da sind. Ich aber schon. Genau. Und ich freu mich auf. So. So. Kötergröllen. Oh Gott, ich habe so viele Kötergröllen. Ich habe so viele Kötergröllen. Tränkel, Gewettbaust, Gemüsestärker kann leider nicht beim Tathos fehlen. Nicht hier Tathos? Nee, hat er nicht. Hat das für die Tathos? Keine Tathos. Warum keine Tathos? Ich würde Tathos haben. Ich brauche hier Totems auf hier mit euren Körpern. Wir lassen auch noch mal einen Flugzeugabsturz. Lohnt sich von der Zeit her? Ach komm, wir können wenigstens mal kurz Hallo sagen. Wir sollten aber vielleicht vorher auf die andere Seite der Brücke. Over the bridge. Rechel, schnauf, drauf geh. Rot. So viele schöne Gegenden, die man auch entdecken kann. Bevor man überhaupt irgendwo in die Nähe von Diamond City geht. Warum ist das eigentlich gerade so hell? Das ist eklig. Komm ich hier weiter? Oh, wir nicht. Ja, ich weiß von Fehler. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang laufe. Wo ich hier lande. Ich will eigentlich nur zum Flugzeug. Ich klappe aber weiter. Vielleicht finde ich sie irgendwann. Außer es kämen jetzt Flughafen Boston. Cool. Okay, wir haben es gefunden. Die werden wir uns dann auch beim nächsten Mal irgendwann mal anschauen. Ja, anschauen. Okay. Hier ist irgendwo das Polizeipräsidium. Richtig hier. Schauen wir hier weiter. Okay. Interessante Sachen hier. Hat es mir doch mal gelohnt, hier hinzugehen. Schick, 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 schick. Sonst ist hier nichts. Doch, da. Gehen wir mal nach oben. Mach mal, was hier noch ist. Viele Menschen, die das Leben schöner machen. Oh, na? Was die eben dran haben. Hier ist richtig. Lino Kalkulam, warum kriege ich sie nicht? Oh, und geh mir aus dem Weg. Ich würde, dass das Wasser hier nicht kontaminiert ist und ich jetzt gerade dauerhaft keinen Strahlenschaden kriege. Wäre, glaube ich, eine sehr schlechte Idee. Ich weiß nicht, warum. Ein Schlagstopp. Ein Schlagstopp. Level ab. Uwe. Das würde ich nicht mehr brauchen, das Zeug was hier ist. Der PC-Daten sieht noch heiler aus. Ja. Ist auch. Okay, Fall. Krupps Aufzeichnung Vandalismus. Beweis JVKR00. Objekt Eintrag gelöscht. Als Waffe verwendet. Okay. Status restliche Teile zurückgegeben an Mrs. Krupp. Beweis B-B-B-Eintrag gelöscht. Und gefunden in den Überresten von Eintrag gelöscht. Übergeben von Abfallbeseitigungsteam des PC-Reviers Ost-Boston. Ach, scheiße, wollte ich doch gar nicht. Winters. Holobahn-Aufzeichnung Holobahn 06 herausgegeben an Officer Graham. Polizei-Revier Ost-Boston. Verschickt an Officer Doyle. Polizei-Revier Südboston. Okay, ich glaube, das braucht man auch eigentlich. Javitas Aufzeichnung Mord. Beweismittel Geyer 00. Objekt Eintrag. Fotosammlung Tatort und Opfer. Okay. Status Beschlagnahm von Federal Officer A. Janett, Dezernat für Serienmord. Beweismittel Geyer. Objekt Eintrag. Ein Herrenanzug Wasser durchdrängt von Mr. Javits. Javits. Status Beschlagnahm von Officer A. Janett. Objekt 2. Nur Kalkula Grundkorken aus Mr. Javits Augenhöhe. Beschlagnahm von... Washington Aufzeichnung Fahrtgeschulden Fahrzeug M-Wahr. Objekt Fotoset von Fahrzeug. Status in den Asservatenkammern der Polizei-Revier Ost-Boston. Beweismittel N-14-A. Beweismittel Ember. Funden in Chelsea River. Auf den Abschlepphof. Polizei Reviers Ost-Boston-Reihe. 27 Platz. Blablabla. Hab ich nicht irgendwelche Quests mit diesem Jahn hier gehabt? Ich hab mir da... Man hört es bei mir glaube ich immer mehr, dass die Nase langsam nicht mehr mitmachen möchte. Und ich so ein bisschen... Ach klinge. Musst du mich so erschrecken? Ich werde das was auch 100%ig nicht trinken. Ob das einen Grund hat oder so? Ich glaube das ist kein wirklichen Grund. Mindestens sehe ich keinen wirklichen Grund. Ja? Das wäre wieder so ein Sturm anmarsch. So, wir sind aber auch schon fertig für heute. Ach und. Ich hoffe es hat euch gefallen und hier lasst ruhig mal einen Kommentar, wenn ihr es möchtet. Natürlich nur. Und ja, man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao! Ciao!